Soll ich mir das jetzt anhören, ja oder nein? Na gut, muss ja wohl. So, ein wunderbares herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Life's Strange Before the Storm. Wir befinden uns hier im Garten mit Longmax Silver und Captain Bluebeard. Schön, dass ich das überhaupt noch in Erinnerung habe. Und ja, jetzt... Genau, das haben wir vor. Es soll sich mit irgendwas verbinden. Und ich nehme an, das links, auf der Linse ist wahrscheinlich der Schirm. Das soll schon ziemlich simpel sein, theoretisch. Wenn wir das jetzt einfach hier hin machen. Nee, doch nicht. Ha, es war so simpel. Und hier? Nee, warte mal. Ah, andersrum, weil stimmt, das X muss ja irgendwie auf dem Boden sein. Stimmt. Oh, ja, 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 ja. Ah. Okay, doch, doch, jetzt macht das alles Sinn. Die Leiter, hier. Da, genau. Oh, Gott. Ähm. Oh, Gott. Auf mein mein Other right. Got it. Wait. Was? Just go... ...that way. Perfect. Now come towards me. Bingo. Das ist nicht was wir buried. Was ist das? Ich weiß nicht. Los geht's. Von Bloody Bill. Wer ist das? Ich habe die Tape-Layer. Aha. Chloe's dad ist so ein Geh-Ball. Ahoy, Plank-Walkers. Das ist ich, Bloody Bill, der Pirate King. Was ist das? Ich habe die Tape-Layer gesehen. 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 Ich habe im passed-Rangers gesehen. Ich bin sicher, dass du sie ein Geh-Ball mitbebenstern könntest. Ja, ich werde nicht weitergehen. Ich werde mal von dem Pape-Layer gesehen. Ich werde nicht Avenger hier Notice sein. Ich werde die Tape-Layer und die Tape-Layer gesehen. Ich werde mal gut Joe´s bedenken. Freundschaften, Liebe. Ihr Oregon-State-Prepaid-Kollege-Savings-Plan. Ha ha ha. Ha ha ha. Das ist das, was wir in der ersten Zeit haben. Ja, ich glaube, es hätte wahrscheinlich getötet werden können im Untergrund. Holy crap, es ist Billy the Squid! Er ist alive! Oh man! Es ist wirklich wie eine Zeit-Capsule. Nein, warte! Chloe, schau mal das. Wir haben uns zusammen geschrieben. Oh, ich erinnere diese. To Chloe Price. Danke, Max. Ich hoffe, dass ihr viel Spaß machten. Ich bin ein Teenager mit deinem besten Freund. Aw, du warst so süß. Schau es aus. Ugh, Maxine. Hm. Es ist Friday, June 2003. Summer-Vacation. Wir machen Time-Capsules. Also das fand ich schon echt cool von dem Vater. Aber, hm. Warum nicht? Maxine Caulfield. Eine riesige Liste. Oh mein Gott. Du warst wirklich süß. Oh man, ich war wirklich goopig. Ich mag es. Das ist weil du ein Goop. Das ist so cool. Da ist so viel zu sehen. Ich weiß, was du mit dem, was du mit dem, was du mit dem, was du mit dem? Ich weiß. Ich weiß. Ich dachte, sie wären jetzt nach Hause. Max, du kennst das Scratch Art? Oh, ich liebe diese Sachen. Ich werde etwas schildern. Wortwörtlich alles, wir können jetzt echt mal zu, oh Gott, wieder alles angucken. Alles klar, wir fangen hier mit an. Oh. Das Bild kennen wir zur Rückweinten, ne? Episode 1. Ach du Scheiße. Also helfen wir ihr wohl ein bisschen. Aufräumen. Wow, alles klar, danke dafür. Foto. Das stimmt. Polaroids sind auch echt cool. Moment, Chloe liest Mangas? Auch nicht schlecht. Oh, natürlich Max. Mach's aber trotzdem nicht unbedingt besser, das ist halt die Sache, ne? Soll ich mir das jetzt anhören, ja oder nein? Ja gut, ich muss ja wohl. This is Anne Rogers, Marissas Mother. Marissa from Blackwell. I need to talk to you about what your daughter did to Marissa in class today. I'll be keeping Marissa home with me tomorrow. At this point I'm not comfortable sending her back to school at all. I don't know if your daughter is having trouble adjusting or what, but this needs to be addressed. Hey, hold on. Are you serious? I don't want my parents to hear that, I've never gotten in trouble like this before. They already know. I, um, I saw an email on your parents' computer. Shit. What happened? Something so minor. Her mom is exaggerating. I bet Marissa told her that I... I'm telling you, it's stupid. Come on. You've gotta tell me what happened. I'm your best friend. Man, none of this would have happened if I had you around. I wouldn't care what anyone said. Sorry. I don't mean it's your fault. Anyway, she wouldn't leave me alone, so I... Turned up her Bunsen burner in Science. Just a little. What? No one got hurt. Not even close. You know that I know what I'm doing. Chloe. What do you mean she wouldn't leave you alone? She was making fun of my clothes and... Calling me a scholarship kid. Is that why you wanted to throw away your hoodie? Don't worry. I'll keep it. That really sucks. I'm sorry. Yeah. Thanks, Max. Okay. Okay. Bunsen burner erst mal aufgedreht. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber... Na gut, Frust halt. Bei Chloe wird das wohl nichts Neues sein. Leider. Wissen wir das schon. Looks like Chloe's a lot more responsible than I am with my allowance. Oh je. Video game. Hey. What if my being in Seattle finally convinces Chloe to try an MMO? Yo. Chloe liest Mangas, aber spielt keine Videospiele. Dann müsste sie eigentlich... Und nicht so hartnötig wie Max. Okay. Stayen. Uh. Cool. Cool, cool, cool. Snowglobe. Oh Gott. Der schon wieder. Oh, das war kurz und intensiv. Ah, dieses Klärchen. Gut, was haben wir noch alles? Die Couch? Okay, wir können uns hinsetzen, aber machen wir gleich, nachdem wir alles andere angeguckt haben. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Bis sie irgendwann damit aufhört, das kennen wir doch alles schon. Medium-Popular. Doing well in school. Ja, nur eine. Nur eine. Oh Gott. Sieht aber cool aus. Nicht schlecht. Sie kann echt gut zeichnen. Schön, dass sie direkt nach meinem Satz einfach so ein Lark von sich gegeben hat. Das bestätigt mich immer doch. Sehr gerne. Okay, sitz. Du bist so ein Space Hog. Move over. Nope. dreht. Ja. Sehr gerne. 네요. 畅. I wish this moment could last forever. Und wir können so ein Foto von ihr machen. Chloe looks so content when she's drawing. Is that what I look like when I'm taking pictures? I can see what you're doing. Just don't move. The artist at work. Or trying to work. Ouch. Das ist doch schön geworden. Okay, Chloe. Chloe always makes me look so much cooler than I really am. Das sieht wirklich bombencool aus. Aber sie hat verdammt lange für gebraucht. Aber es ist cool geworden. Ich würde sagen, aber wir machen den Cut und sehen uns in der nächsten Folge wieder und sprechen mit Chloe endlich über die Sache, dass wir nach Seattle ziehen. Was blöd wird, aber wir müssen es irgendwie tun, weil sonst haben wir einen scheiß Tag. Mal gucken, was wir alles rausholen können. Ich hoffe, Ihnen hat euch diese Folge gefallen. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Auf Wiedersehen und ciao. Auf Wiedersehen.